Herzlich Willkommen zu Artmas 3 2, Part Nr. 8 mit... 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 Claudia Schiffer. Claudia! Hallo? Na! Claudia! Mutet ihr sich einfach? Falsche Taste gedrückt! Ja... Mutet ihr sich einfach? Die Mute-Taste ist neben meinem Aufnimmel-Taste! Aha! Yeah! Gut, dann starten wir mal mit Frott sitzen. Das ist bereit! Der Steilhahn... Machen wir jetzt! Allzeit bereit! Wir müssen durch den Spalt gehen. Du meinst, zurück zu den alten Ordensfestungen? Solange wir die Quellen nicht finden, reagieren wir immer nur auf jeden neuen Spalt, der sich öffnet. Die Antwort liegt irgendwo in der toten Welt ja auch. Momentchen mal! Woher weiß ich denn, dass das nicht einer dieser Bösewichte, der sich zu einem sexy Partner vermeint? Oh! Oh! Oh- 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 oh! Was ist? Ich weiß, dass ich Angst habe! Aber was ist mit dir? Warte mal! Das kann jetzt irgendwie falsch kommen! Ja ja, die beiden haben einen geilen Dialog. Die Karte verwirrt mich! Mama? Hati, du bist bei jeder... Du bist bei jeder Kraft. Stimmt nicht. Hati ist dauervorbereitet. Müsst ihr ja... Jetzt alle das Ziel ist vor uns. Ich bin verbracht! Hilf mir! Oh, nicht raus! Hati, wir müssen nur so viel denken. Nein, nicht raus! What the fuck? Ähm... Alles okay. Glaub ich. Glaub ich nicht. Das seht ihr ja bei Dead... Bei mir geht's ja jetzt erst... Okay, bei mir sind jetzt ein paar Teile schon gelaufen, oder? Aber bei Kathi läuft's ja da durchgehen. Durchgehen, online! Ey, du guckst die Loris! Naja, das hab ich mal vorzählen. Ja, das geht nicht. Die sind nicht mehr so gut. Die Waititi sind auch nicht mehr so gut, so... Also ich bin bereit. Manchmal muss man halt ein Arschloch sein. Ein Arschloch sein. Ein Arschloch. Kati ist Arschloch. Die Winkelner! Ach, da fang die an! Ein Arschloch! Ich hab kein... Ähm, Arschloch! Warte, geh zurück! Da kommt eher Flugeinhalten! Geh zurück! Ich halte sie auch mit meiner Klingel! Verdammt! Ich hab ein Problem! Geh doch zurück, Kathi! Da ist ein Flugeinhalten! Die kann ich nicht angehören! Ich hab keine... Hallo! Hier, komm doch! Ich komm doch! Boah! Oh, Hallöchen! Da, Flugeinhalten! Hoho! Ach! Meil Gott. Aber nur manchmal. Sieht ihr schon, wie die Orientierungssitz sind von Kathi? Ich hab auch keine Waffeln! Bitte hin! Du hast doch noch an Ketten! Du musst hochschießen! Ja! Ich brauche Mana. Ich will doch hochspringen oder was? Okay, warte, der Blitz kommt. Ja, Blitz! Komm, komm, Mana, mach ich an. Ich bin Mana, Waffe, Waffe! Ich kann die Affe da! Du bist sowas so ein Affe. Ich bin kein Affe! Nein, ich bin rot! Warum gibt's dir so ein Troll? Achso. Oh, 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 oh! Donnerwetter! Das ist meine Wolke! Juhu! Du musst die Flug einhalten! Ja, na klar. Hoh, oh, Flieger! Wo bleib' immer mit diesen Fliegel? Da sind doch drei! Die sind doch von mir, die sind doch von hier...! Hihihi! Die Karte guckt schlimm am Ende mehr in Richtung. Wies die Karte. Die guckt statt hierhin, guck da hin, guck da hin. Die guckt dann hier die Richtung. Mana! Ich brauche Leben. Ich brauche Leben! Mana, Mana, Mana! Diese Waffe verbraucht unheimlich viel Mana! Foxy, wieder down! Foxy, bös! Da sind zwei durch! Da sind zwei durch! Oh Gott! Sie sind durch. Nein, sie sind nicht durch. Sie hängen hier. Das sind Kuhbeinheiten! Ich verkeh sie nicht. Oh mein Gott! Oh, ich kann nicht die Schwesters! Zeit für ein Picknick! Zeit für ein Picknick! Mann! Nein, keine Pause! Oh! Oh! Posa! Posa? Er hat Posoza verstanden. Posa! Nein! Warte! Mach die Posa! Mariana! White Widow! What a what! What a what! Ähm... Scarlett! Nee, die ist du. Ich weiß. Die ist auf die Olle ane! Boah, es hat Junior! Äh... Ah! Ich wirklich mich in die Ecke! Hast du schon in der Teile gemacht? So viele Tote auf einem Haus! Dann hast du dich mit dem Zombie halt in eine Ecke gestellt und dann hast du ihn geknodelt. Das war schweißig. Ja, das war voll erotisch, ne? Andererseits... Voll dieser... Voll dieser Nekrophil ins Hass, ne? Ich hab da letztes Mal Werbung gesehen von... äh... Orkma Style. Da gibt's nicht so was Neues. Aber nein! Ich spiel erst... äh... wahrscheinlich... Kann ich ja erst mal spoilern. Ich weiß noch nicht, ob das Dreck kommt. Dass ich wahrscheinlich den ersten Teil nochmal spiele. Aber auch auf leichter. Mal gucken, wie das schwer ist. Und dann... Leicht... Intuell... Gar nichts mehr. Was? Ne, von der Orkma Style wäre weh. Ich dachte schon. Das reicht dann erstmal. Mal gucken, ich spiel das wahrscheinlich auf leichter. Das ist mir zu brutal. Das Spiel. Da weine ich noch. In meiner Kochsendung. Dann kriegt Foxy Heul Kampfe. Mhm. Wird dann so schlimm sein, wie bei South Park, wo das zu Ende war. Warum ist das zu Ende? Hupf! Hupf! Ich hab erst mal... äh... drei Monate gekauft. Hupf! Nach South Park. Glaub ich dir. Ja. Eine wäre geil zu spiel dieses Jahr. Wo ich mich aber auch richtig drauf freue, ist halt GTA-Flügen. Die PC-Version. Achtung! Flieger! 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 Ich hab keine Flieger, meine... Oh! Was war das? Oh Gott, ich bin mir. Ach du Scheiße, zu Aroger. Nein! Ich guck mir nicht weg! Ich guck mir nicht an! Hab ich kein Problem mit. Sind schon beide tot bei mir. Nein. Aber die Flieger sind nicht tot. Siehst du, da sind Flieger durch. Oder irgendwas anderes. Ich kann mir nicht immer alles kümmern. Nein. Doch. Doch, du hast... Okay, du bist ein Junge, du kannst doch nicht alles. Frauen sind multitaskingfähiger als Kerle. Ja. Ja, du bist ja Junge. Knapp. Knapp. Knapp, Knapp. Hey, da hat Yoshi gesagt. Yoshi, Yoshi, Yoshi! Do you wanna go! Boah! Die Gnar, die verprügeln mich. Ich will mich verprügeln. Da war... Da war einer. 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 Da war einer der Täger. Da war einer. Da war einer. Der alter geht die Welt. Der alter geht die Welt. Bitch, please. Nein, kein Bitch, please. Geh mir fertig. Du bist mit der Welt, ne? Ja. Ich hab mal einen Vorausschuss, gell mal. Wie viele waren das jetzt? Bistisch. 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 Gefickt. Gefickt. Fick. Stirb du Öl in das Miststück. Ja. Mach leben. Mach leben. Aua. Du wurdest totgenippelt. Du wurdest totgenippelt? Bin nur der... Ich versuche nicht besser. Eine entzückende Mordferie. Im Museum erledigen. Die Öfen sind alles für mich. Du brauchst keine Pause. Die Öfen, Mama. Die Öfen, nicht die Elfen. Die Öfen, Mama. Du hast mich verwuselt verstanden. Die Öfen. 69! 69! Ja, das macht die Karte jeden Tag 69. 50! 50! 50! Voll die Amma! 11 88 0! Hat die Karte auch gearbeitet? Genau! Achtung! Flieger! Flieger! Periode! Die bösen Oger hauen mich. Der haut so rück. Achtung! Ach Gott! Die ma... Die ganzen Ofen machen alles mit Milch. Ohne Scheiß, kein Preis! Was? Guck, guck! Guck, guck! Nee, nama! Nein, ich mach's leer! Meine Oma! Nee jetzt wär ich poo. Naja läuft", lau, 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 lau. Wo? Wo? Ach, da oben. Hallo? Aua. Meine Oma D-380-0! Was glaube ich für den Scheiße?! Ich bin bereit! Guck mal, wie alles aussieht, Alter! Hier sind voll die Knacken drüben! Oh, keine Urge diesmal! Aber er ist elementar! Ja, die gehen da! Guck mal, wie die sind ausweichen Juhu, die sind so fertig! Komm an, Junge! Nein, mein Schwer! Yes, totales Chaos! Wir haben einen Wert verloren! So! Wie viele warten wir jetzt? Oh Gott, die Flucheinhaber haben wir nicht fertig! Oh Gott, die Flucheinhaber haben wir nicht fertig! Ich verstecke ihn, hoffe ich ist die Runde vorbei! Schon könnte sie jetzt verlieren! Schon wieder! Ich verstecke ihn doch! Oh Gott! Ich verstecke ihn doch! Das letzte, was du je sehen wirst. Meine Oma? Meine Oma ist hier nicht dabei. Nein, ich weiß. Oh, Oga, hallo. Aua. Die hat direkt auf die Rübe gehauen. Oh nein. Die Karte, die verletzt sich öfters gerne selber. Und das ist halt so ein Tick von ihr. Die andere Flaschen sammeln. Flaschen sammeln? What the fuck? Die Karte gibt sich da für ein paar Kopf nicht so, ne? Genau. Guck mal, das nur bewusstlos diesmal. Preisbar. Die sind schon nah dran. Nein, ich bin runtergesprochen. Scheiße. Oma. Mein Magen knurrt. Du musst mir Kieksche backen. Nur noch drei leben. Ich bin nicht gestorben. Nein. Also gerade zumindest nicht. Eine Oma mit zwei Bergen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh das sind aber wieder blöde Fluganhalte die töten mich Oma dann mach dir zuerst Platz ja wie denn? indem du Oma rufst ich darf sterben nein 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 hier sind genug Halsschränke bei mir Wir sind nicht mehr הרban deiner Oma ich habe eine Stadt weil ich hier die Oger brutzelt Ok du sollst nicht sterben Ich muss nichts mehr machen, ich komm zu dir. Pass auf den Ohr auf, pass auf den Ohr auf. Der sieht aus wie Big Show, nur Big Show ist schöner. Hier ist der Big Show. Wir haben die Hälfte geschafft. Das ist der Big Show. Felspockenrutsche. Gut, das war Part Nr. 8 von... Arx Must Diele. Das dauert bei Carti bis die Waffe geklappt. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.